Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Delight Survivor. 2 vs 8. Immer noch im Event-Modus. Wieder eine Jägerin. Warte, 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 warte. Jetzt kommt sie. Ohnein Geist! Wo ist er denn? Was ist die Tante? Der tritt nicht gegen das Teil. Aber es ist auch ein Geist dabei. Das ist ein Geist dabei, ne? Achtung Kate! Achtung! 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 Das ist unfair! Naja, gut, die spielen besser zusammen, ne? Jaja, geh weg! Ich bin doch hier, geh weg! Was ist das jetzt? Was war das? Das war lustig! Danke! Nö, ich bin doch dann tot! Warte mal, ich muss noch einen retten. Vielleicht schaffe ich das. So nicht. Okay, wieder zurück! Ich will doch bloß noch einen retten! Komm her, Renato! Runter da, raus da! Ja, ja! Stress mich nicht! Was ist das? Ja, sehr schön! Den hat ich ja auch angefangen, stimmt ja. Coole Sarah? Naja, du bist doch sowieso jetzt außer drunter. Das ist das Album. Ah, ich habe meine Aufgabe fertig, das ist schön. Das freut mich. Jan! Hallo! Jake? Hallo? Oh, die hat mich gesehen! Naja, gut. Das war ja ein Versuch wert, ne? Ich wollte noch umschmeißen, aber ist okay. Ist in Ordnung. Aber was war denn das Komische, dass ich so weggefluckt bin? Das war komisch. Ah, Mann, ist mir warm. Zum Glück seht ihr mich bloß bis hierher. So, wir schauen aber trotzdem zu. Ich finde das nicht total interessant. Aber ein Gewusel auf der Korte ist ja Wahnsinn. Ist jemand im Schrank versteckt? Oh Gott. Äh. Wo heilst denn du? W-w-w-w-was macht ihr da? Da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber sie haben erstmal halt... Ich wäre auch verwirrt, wenn sie mir am Arsch rummehren würden. Was ist denn nun? Oh Gott, dieses Rumgespiele, das ist ja was für mich. Das ist ja genau was für mich. Eine Sappel. In einem schicken Outfit. Was soll noch mal jemand sagen? Es lohnt sich nicht, Outfit zu kaufen. Oh Gott! Ah, das war doof. Ah! Jay kann nochmal. Und Sabbel ist schon da. Und es ist auch schon offen. Sehr schön. Ah, nur der Spieler, Max. Jetzt frage ich mich bloß noch, ob... Ja... Aber es sind beide dort. Ich würde ja nicht glauben. Und jetzt kannst du eigentlich ran. So schnell kann das ich doch eigentlich nicht. Na gut, mach erstmal fertig. Genau, hast ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt los. Oh ja, ganz gemütlich, ganz gechillt. Noch ein bisschen hin und her gucken. Natürlich. Ich geh dann mal. Alter! Ach, jetzt haben wir ein bisschen Panik, oder was? Oh! Was war das? Oh ja! Oh ja! Das war gut. Es war in Ordnung. Wir sind... Ich bin zwar gestorben. Aber... Guck mal. So... Allzu wenige Punkte habe ich gar... Oh. Doch. Ich hab die wenigsten. Hahaha! Außer trotzdem 13.000. Immerhin. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Dead by Daylight. Survivor! Bis dahin. Ciao!